Es hat sich aber so eine neue Nachfrage entwickelt, also das kann man ja auch, ich sag mal, so bezeichnen wie Pleasure oder einfach, dass sozusagen dieses Freizeit- und Businessverhalten sich vermischt, dass, wir merken es ja bei uns in der Firma auch, also ein Mitarbeiter will eine Woche aus Lissabon herausarbeiten und will Remote-Working und wohnt dann im Hotel oder ein Mitarbeiter ist irgendwie übers Wochenende in Barcelona und hängt dann nochmal am Montag und Dienstag dran und sagt, er arbeitet dann von da. Und macht dann da seine Videokonferenzen und das führt natürlich schon zu einer Nachfrage, die es vor Corona eigentlich nicht gab. Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horsten Wuttler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Wenn Sie uns gerade auf einer Dienstreise hören, dann waren Sie vielleicht in einem der Häuser meines Gastes, in einem Motel One. In vielen Firmen ist das Motel One ja die erste Wahl. Die Lage ist zentral, der Preis passt in die erbarmungslose Spesenordnung, man weiß, was man bekommt und vor allem bekommt man abends noch einen Drink an der Bar und kann sogar zwischen mehreren Manufaktur-Gins wählen. Der Kopfhundgründer hinter Motel One ist Dieter Müller und mein heutiger Gast ist sein Sohn Daniel Müller, der heutige Co-CEO, an den der Vater 2021 die Hotelgruppe übergeben hat. Daniel Müller lebt in der Nähe von Essen, er pendelt nach München, aber er ist eh meistens unterwegs, weil er es nicht lange im Büro aushält. Er hat einmal BWL an der International School of Management studiert, war nach dem Studium ein bisschen orientierungslos, wie er gesagt hat, und er machte erstmal ein Praktikum im Ressort-Hotel des Vaters am Chiemsee, der Keimzelle des familiären Hotelimperiums. Dort putzte er und er war in der Bar, dort entfachte sich auch das Feuer für die Hotellerie. Daniel Müller ging aber erstmal zur Arco-Gruppe, er war dort Sales- und Key-Account-Manager, bevor er 2007 zum Motel One kam. Und die Übergabe erfolgte in einer Zeit, die wohl die schwierigste Prüfung für die Familie, das Unternehmen, aber auch die Hotelbranche insgesamt war. Es war die Zeit der Pandemie. Eine Zeit, in der die Familie 200 Millionen Euro verlor, dank üppiger Cash-Reserven aber überstand und eifrig weiter Hotels baute. Und nun expandiert Mutter One weiter. Sogar in London und New York ist das Familienunternehmen inzwischen vertreten. Und die Zahlen können sich auch wieder sehen lassen. Schon 2022 knackte die Budget-Design-Marke die 600-Millionen-Euro-Grenze. Sie startete parallel die Zweitmarke The Cloud One. Und das Wachstum hat sich dieses Jahr fortgesetzt. Mit einer Auslastung von 69 Prozent, im Vorjahr waren es noch 51, wuchs der Umsatz des ersten Halbjahres von 240 auf 394 Millionen Euro. Und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im ersten Halbjahr auf 124 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 46. Es sind also Zahlen, die sich sehen lassen können. Und damit begrüße ich ganz herzlich Herrn Müller. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr von Butler. Danke sehr. Wir sprechen heute in Düsseldorf, hier im Podcast-Studio. Was treibt Sie eigentlich nach Düsseldorf? Was mich nach Düsseldorf treibt? Ihre Einladung vor allem. Achso, ich dachte, Sie müssen sich irgendwelche Standorte anschauen, weil Sie haben ja auch hier in Düsseldorf was dazu gebaut. Ja, ich verbinde natürlich das angenehme Gespräch und gucke mir gleich noch eine neue Location an, die wir vor ein paar Wochen unterschrieben haben. Kann auch nicht so viel dazu sagen, weil noch nicht alles ausgereift ist. Aber wir wollen auch in Düsseldorf noch weiter wachsen. Wir haben ja im Moment ein Hotel. Wir öffnen jetzt unser Cloud One Hotel direkt am Kürbögen, wirklich im Herzen der Stadt. Und zwei weitere werden noch folgen, so viel kann ich schon mal sagen. Auf dem Weg zu unserem Verlagsgebäude geht man ja unweigerlich so an einer Reihe von Hotels vorbei. Vor allem unübersehbar das 25 Hours, dieser riesige Turm. Waren Sie schon mal oben auf der Bar und haben da die Aussicht genossen? Ja, weil ein ehemaliger Mortal One Manager, also Mitarbeiter von uns, mit dem ich noch eng in Kontakt stehe, der hat dieses Hotel eröffnet. Und der hat mich natürlich gleich nach Eröffnung mal oben in die Paris Bar, ist das glaube ich, im französischen Restaurant eingeladen. Bisschen neidisch auf das Hotel? Also um ehrlich zu sein, wir hatten die Toulouse Allee als, ich sag mal, Entwicklungschance auch mal auf dem Schreibtisch gehabt. Und jetzt haben das dann nicht gemacht, weil es für uns, für unsere Marker dann doch zu dezentral war. Zu dezentral? Wollen Sie sagen, wir sitzen hier am Stadtrand? Die Handelsplatte ist ja gut, oder? Ja, ich glaube, es gibt bestimmt Gründe, warum Sie die Entscheidung getroffen haben, hier hinzugehen. Nein, also ich muss schon sagen, also jetzt rückblickend gesehen, hat sich das ganze Gebiet hier wunderbar entwickelt. Und ja, ich könnte mir jetzt auch ein Mortal One Hotel hier vorstellen, aber da sind natürlich jetzt schon ein paar andere Marken da. Aber wir sind in Düsseldorf einfach auch gut aufgestellt mit zentraleren Standorten. Ja, aber es ist schon ein tolles Hotel. Wenn Sie selbst reisen, müssen Sie dann eigentlich immer in einem Hotel One übernachten? Oder können Sie auch mal heimlich so ins Vierjahreszeiten gehen oder in Berlin ins Adlon? Also sicherlich, also den Größteil der Zeit verbringe ich natürlich bei uns, bei uns in den Hotels. Aber man muss halt einfach auch aufpassen, dass man den Blick auf den Hotelmarkt nicht verliert. Und man kann sich natürlich übers Internet viele Bilder angucken von neuen Hotelkonzepten. Aber das wahre Erlebnis oder den wahren Eindruck bekommt man einfach, wenn man dort mal übernachtet. Und deswegen muss ich mich auch zwingen, mal woanders zu übernachten. Aber dann gehen Sie wahrscheinlich jetzt nicht so ins Adlon, weil das ist ja nicht keine Konkurrenz zu Ihnen, sondern Sie schauen sich dann vielleicht so neue Hotelkonzepte an. Ja, also ich sage mal, Luxushotels ist für uns, das hört sich jetzt vielleicht erstmal merkwürdig an, aber ist durchaus ein Benchmark, weil wir uns vor allem, weiß ich, sozusagen in Luxushotels einfach viele Innovationen über die letzten Jahre dann irgendwie auch entwickelt haben. Und der ist vor allem für uns ein Benchmark für Qualität, für Servicequalität. Für, ja, alles, was sozusagen rund um das Hotelerlebnis ist, ist ja schon ein Benchmark. Man muss das dann natürlich nur alles ein bisschen relativieren, weil wir bieten natürlich einen günstigen Preis und haben eben auch ein, ja, deutlich reduzierteres Angebot an manchen Stellen. So Concierge wollen Sie ja nicht wieder einführen. Genau, aber ich sage jetzt mal so das Check-in-Erlebnis, die Freundlichkeit am Frühstücksbuffet, ein wirklich Bar-Service auf High-Level, das sind durchaus Benchmarks, mit denen wir uns auch vergleichen und unsere Mitarbeiter auch anspornen, mindestens genauso gut zu sein wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Bevor wir so zu Hotel One und ihrer Biografie kommen, wenn man über sie recherchiert, stößt man auf einen Werbeclip der KLM, wo sie praktisch schon als Testimonial sagen, sie fliegen dann ganz viel rum und loben die Prozesse und sagen, sie finden ja auch Prozesse gut. War das so ein Barter-Deal oder ist da auch richtig Geld geflossen? Ach du meine Güte, das habe ich schon verdrängt. Ja, das Netz vergisst nichts. Nein, das war eine ganz spannende Geschichte, weil wir haben ja in Newcastle ein Hotel und die KLM, die ja sozusagen aus Amsterdam kommt, die haben ja da ihren großen Hub und in Amsterdam haben wir eben auch Hotels und die haben sozusagen eine neue Route aufgelegt von Amsterdam nach Newcastle, was ja für uns, ich sage mal für das Hotelgeschäft natürlich an sich sehr, sehr gut ist und haben natürlich dann auch geguckt, ob man sozusagen mit einem Hotelunternehmer eine Kooperation starten kann und da waren wir auch erste Wahl, weil wir eben in Amsterdam schon präsent waren und einfach auch mehr ein gutes Preis-Leichtungs-Verhältnis bilden und dann haben wir halt diesen Clip zusammengedreht und das war echt witzig, das ging über ja zwei Tage, erst Dreharbeiten in Newcastle, dann Dreharbeiten in Amsterdam mit einer sehr sympathischen Crew. Ich würde jetzt im Nachgang nicht mehr so viel Zeit investieren, aber es war doch sehr sympathisch und hat auch den einen oder anderen Gast dann zu uns gebracht. Und Sie sagen darin ja tatsächlich, dass Sie viel unterwegs sind, aber dass Sie es auch gar nicht länger als zwei oder drei Tage im Büro aushalten? Ja, also ich sage mal, das ist einfach mein Job. Ich bin operativ, ich bin Hotelier, ich will bei uns in den Hotels sein. Ich habe natürlich auch viele Mitarbeiter, die sitzen nicht bei uns in München. Ob das jetzt sozusagen Geschäftsführer sind aus anderen Ländern, ob das Pricing-Strategy-Manager sind, Einkäufer, also die sind bei uns alle wirklich verteilt. Der Kontakt zum Head-Office ist natürlich wichtig und wir haben auch viele, ich sage jetzt mal, viele Meetings, Ausschüsse, auch viele Get-Togethers mit anderen Abteilungen. Aber es ist doch wichtig, auch Präsenz in den Hotels zu sein, weil einfach die Mitarbeiter auch wissen wollen, für wen sie arbeiten. Gehen Sie da auch mal in Cognito rein? Das gelingt mir nicht so, wobei man sagen muss, je stärker wir wachsen, je größer wir werden, erkennt man mich immer weniger. Und ja, ab und zu ist so ein Überraschungsbesuch doch schon ganz gut. Haben Sie eigentlich irgendwas, worauf Sie achten? Also jedem ist ja was anderes wichtig beim Hotel, bei einer Bar. Ich habe einen guten Freund, der sagt zum Beispiel, er achtet bei einer Hotelbar immer nur auf die Nüsse. Er sagte, die Qualität der Nüsse sagt eigentlich darüber aus, wie gut diese Bars. Worauf achten Sie, wenn Sie in ein Hotel kommen? Also ich sage mal, ich merke eigentlich direkt nach dem Betreten des Hotels, wenn ich in die Gesichter unserer Mitarbeiter gucke, wie die Stimmung ist. Also das ist wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist einfach so ein Gefühl, was man so seit Jahren oder so ein Erfahrungswert, den man seit Jahren eben aufgebaut hat. Und da merkt man eigentlich, ob, ich sage jetzt mal, in dem Hotel ein gutes Betriebsklima herrscht innerhalb der Mannschaft sozusagen oder nicht. Und das ist bei uns jetzt einfach wichtig, das spürt man irgendwo. Und dann achte ich natürlich vor allem halt auch so auf die Hygienefaktoren, die einfach stimmen müssen. Sauberkeit, Check-In-Erlebnis, sind die Möbel, unsere Möbel in einem guten Zustand? Und also ist, sage ich mal, die Marke ordentlich repräsentiert. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil bei aller Digitalisierung und bei allen neuen Konzepten am wichtigsten ist es doch dann einfach das Übernachtungserlebnis. Oder wenn der Teppich dreckig oder abgewetzt ist. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, nein. Das nacht mich übrigens auch mal, wenn so auf so einem Flur, so einem guten Hotel der Teppich abgewetzt ist. Genau, genau. Und ich meine, das ist ja auch öfters mal der Fall, dass sozusagen man eine, weiß ich nicht, bekannte Marke bucht, man viel Geld ausgibt und dann stimmt die Hygienefaktoren nicht. Wie Sie gerade gesagt haben, Koffer, also Spuren an den Wänden, Teppich runtergerockt, abgeplatzte Furniere an den Möbeln. Und das geht einfach nicht. Und da müssen wir einfach immer hinterher sein und dieses Erlebnis eben nicht bieten. Ich freue mich ja sehr, dass der Podcast klappt. Wir haben ihn ja einige Male verschoben, das Gespräch. Er hat sich mehrmals angebahnt. Wir wollten es ursprünglich das erste Mal machen, da war ich noch Host eines anderen Podcasts. Sie mussten einmal absagen, weil Sie Vater wurden. Wie geht es denn dem Kleinen? Also das ist eine Kleine, also zwei sogar mittlerweile. Und ja, ich bin ja glücklicher Vater, zweier junger Töchter und ja, dem Bein geht es gut. Dreieinhalb und eineinhalb Jahre. Also schöne, schöne Zeit. Schleswig aber schön. Haben Sie überhaupt Zeit dann für Sie, wenn Sie so viel unterwegs sind? Ja, also ich nehme schon meine Vaterrolle auch ernst und probiere auch natürlich trotz Reiseaktivitäten, wenn ich dann da bin, dann auch wirklich auch für die Kinder da zu sein. Und dann muss man halt andere Sachen einfach zurückstellen. Wie vielleicht mal ins Fußballstadion gehen oder so, was ich früher immer ganz gern gemacht habe. Sie waren früher gern im Fußballstadion? Ja, ich war früher gern im Fußballstadion. Welcher Verein? FC Schalke 04. Ich bin leidenschaftlicher Anhänger. Ich bin leidgeprüfter HSV-Fan. Aber das heißt, das ist manchmal weniger, weil dann das Wochenende für die Familie reserviert ist. Genau, genau. Das hat sich total in meinem Leben geändert. Also da ist die Priorität wirklich auf die Familie. Also Frau und natürlich Kinder. Die Frau gehört ja auch dazu. Ja klar, aber Sie müssen ja schon eine klare Arbeitsteilung haben. Wenn Sie drei bis vier Tage weg sind, dann muss man sich einfach klar aufteilen. Genau, da muss man einfach, genau, da muss man sich klar aufteilen. Und das war auch, ich sage jetzt mal jedem von uns klar, dass es so ist, aber wir kriegen das gut hin. Kommen wir so ein bisschen mal zur Geschichte von Motel One. Ihr Vater war ja schon 50 Jahre alt, als er Motel One gestartet hat. Also er hat davor ja eine lange Karriere schon in der Hotellerie gehabt. Das erste Motel One war in Offenbach am Stadtrand. Hätte ich übrigens so eine Frage bei Günter Jauch, hätte ich nicht auf Offenbach getippt. Und auf Fotos sieht man nicht das markante Türkis, sondern ein hässliches Orange. Also es war offenbar ein bisschen ein anderes Konzept noch. Das wurde später nochmal geändert. Aber vielleicht nochmal jetzt, wie Sie die Zeit erlebt haben, weil Sie waren da ja schon Anfang 20 und nicht irgendwie ein Kind, der so erlebt, wie ein Vater eine Firma gründet. Wie haben Sie die Zeit damals erlebt, dass Ihr Vater sagt, er startet nochmal etwas ganz Neues? Also ich sage mal, also Motel One war ja, also mein Vater hat ja damals in den 90er Jahren die Astron Hotelkette aufgebaut. Und die hatte ja dann, ich glaube, war das 2001 oder 2002, an die spanische En Ache Hotelgruppe verkauft. Und Motel One wurde gegründet in der Zeit als sozusagen Astronochter, oder als Tochterunternehmen der Astron, so als kleines Anhängsel. Und damals, muss ich sagen, habe ich das eigentlich gar nicht wahrgenommen, weil einfach sozusagen Astron ja die Hauptmarke war mit über 50 Hotels. Und ich bin ja dann auch, oder habe dann sozusagen nach dem, habe dann aber am Ende meines Studiums meine Diplomarbeit über Motel One geschrieben. Okay. Wie war der Titel da? Oder die These? Wie war der Titel nochmal? Ich glaube, das war einfach der Low-Budget-Markt und die Marke Motel One. Und das war ja damals im Prinzip ein Start-up gewesen, kann man sagen. Und der Low-Budget-Markt war ja auch stark im Kommen. Gab es ja dann auch so, das war ja die Zeit, als dann auch so die Billig-Airlines dann ja auch immer mehr Einzug gehalten. Genau, EasyJet und Ryanair, genau, die sind ja dann richtig sozusagen, also die Geschäftsmodelle von denen sind ja auch richtig abgehoben. Ich glaube, Sie behandeln die Kunden ein bisschen besser als Ryanair, die. Also da kann ich jetzt bald, ich fliege nicht so oft mit Ryanair. Obwohl, wir haben jetzt Markteintritt in Dublin, also in Irland mit Dublin. Und ich bin jetzt in zwei Wochen in Dublin, da fliege ich wirklich mit Ryanair. Aber jetzt in der Deutsch haben die ja nicht so viele Verbindungen. Nein, da sind sie nicht so präsent. Genau, aber es war auf jeden Fall nochmal auch zur Frage zurückzukommen. Es war so die Zeit, als eigentlich die Low-Cost-Carrier, die Billig-Airlines eigentlich, also dass die Geschäftsmodelle so richtig Einzug in den Flugverkehr gehalten haben. Und da war nämlich, und dann war dann im Prinzip auch sozusagen der, ich glaube, der Titel war die Übertragung dieses Konzepts auf die Hotellerie. Also so ein No-Thrill-Limited-Service-Konzept in der Hotellerie. Und die Gründung von Mortal One. Und das war das Thema der Programmarbeit. Also so konnte ich da natürlich schon mal eintragen. Aber Sie haben schon mit Ihrem Vater also diskutiert, weil, also Ihr Vater war ja bei Arcor gewesen, als Angestellter, hat danach diese Hotelgruppe Astron aufgebaut. Also ich glaube, Keimzelle war, wie gesagt, dieses Hotel am Chiemsee mit 50 Hotels. Und Ihre Mutter hat sich ja auch um das Design der Motel Ones gekümmert und das Marketing. Also gab es in Ihrer Kindheit beim Abendbrottisch überhaupt ein anderes Thema als Hotels? Ja, also vielleicht muss man mal da, ja. Also mein Vater war immer, also natürlich war die Hotellerie bei uns in der Familie präsent und auch die tolle Karriere von meinem Vater. Aber meine Schwester und, also ich habe eine jüngere Schwester, die ist also ein Jahr jünger und mir, der war eigentlich nie, war eigentlich nie sozusagen von Elternhaus vorgegeben, ihr müsst jetzt irgendwie in diese Fußstapfen treten oder ihr müsst jetzt überhaupt in dieselbe Branche gehen. Und meine Schwester zum Beispiel, die hat nie einen, also die hat Hotels von innen gesehen, das wäre jetzt übertrieben, aber sie hat nie in einem Hotel gearbeitet. Und das ist auch... Das ist Geologin, nicht? Genau, die ist Geologin, ist eine ganz andere Branche und auch mir hat mein Vater da überhaupt keinen Druck gemacht und ich habe ja auch dann bewusst nach meinem Abitur dann auch kein Hospitality Management studiert und habe sozusagen ein allgemeines Business Studium absolviert und bis dann hatte ich eigentlich gar nichts mit der Hotellerie zu tun. Also ich habe da auch noch nicht mal ein Praktikum oder so gemacht oder mal irgendwie als Student da irgendwie gejobbt oder so, sondern habe dann während meinem Studium in London bei Accor, in dem Novo Hotel Hammersmith Station mit einem riesen Hotel mit 800 Zimmern und die hat eine ganz tolle Veranstaltung gehabt, also riesen politische Kongresse von Greenpeace und Labour-Partei und es war so und ich habe da sozusagen als Praktikant in dem Tagungsbüro gearbeitet, also dass diese große Konferenzen organisiert haben und das waren so zwei Monate und das hat mich total in den Bann gezogen. Also das war so spannend und jeder Tag war irgendwie anders und diese großen Kongresse zu organisieren und dann diese Abläufe im Hotel und das hat mich so fasziniert und da ist eigentlich das richtige Feuer entstanden. Also aber Ihr Vater sozusagen, also das Thema Hotel war präsent, Sie wussten, was er macht, aber es war jetzt nicht die ganze Zeit Thema in der Familie, dieses berühmte Bild, die Firma sitzt immer mit am Tisch auch, das sagen ja viele Unternehmerkinder, aber wenn Sie so unterwegs waren in anderen Hotels im Urlaub, hat er dann immer so alles kommentiert oder? Ne, eigentlich nicht. Also der war da eigentlich relativ entspannt und glaube ich auch mal froh sozusagen sich mal auf andere Sachen zu konzentrieren, also ne, gar nicht muss man sagen. Aber was haben Sie dann gedacht, also er ist 50 und verkauft gerade so diese Hotelgruppe und dann ist man ja wohlhabend und könnte auch sagen, ich spiele jetzt noch ein bisschen Golf und mache ein bisschen Beratung und dann kommt er mit dieser Idee und was haben Sie ihm gesagt oder haben Sie das gar nicht kommentiert, also dass er es mit 50 nochmal wissen wollte? Ja, ich glaube, das hat sich so, ich glaube, das hat sich bei ihm so, ja, also ich glaube, das war jetzt keine große, also das war jetzt keine, ja, konkrete Planung, das hat sich bei ihm so entwickelt. Er hat natürlich, als der Astron verkauft hat an NH, dann ist ja Mortal One sozusagen noch als Startup, ich weiß nicht, glaube ich, mit drei, vier Hotels übrig geblieben, hat er aber einen Großteil seines Management-Teams damals mitgenommen in die, also in die, in nach Mortal One, also in die Mortal One-Unternehmung und da hat er dann schon den, erst mal, glaube ich, den Fuß vom Gas genommen und hat dann auch Golf gespielt, hat dann auch Urlaub gemacht, weil er hatte einfach eine wirklich toll, also eine starke Mannschaft für diese paar Hotels, sage ich jetzt mal und dann irgendwann wurde es ihm, glaube ich, zu langweilig und dann hat er überlegt, was kann man daraus machen und wie kann man das weiterentwickeln mit dem Team natürlich zusammen und ja, dann hat er noch wirklich aufs Gas gedrückt. Der Legende nach hat Ihr Vater ja die ersten Entwürfe für die Hotelsma von Motel One in einer Tiefgarage entworfen und zusammengebaut mit Handwerkern, weil eine Idee war ja tatsächlich, dass man die Größe der Zimmer deutlich reduziert, ohne dass man sich jetzt irgendwie eingepfercht fühlt. Genau. Stimmt das, stimmt diese Geschichte? Die stimmt so, genau. Und die Grundidee war ja bei Motel One, wir machen praktisch ihr Zimmer kleiner, aber gutes Design. Haben Sie das damals so, hat er auch viel davon erzählt oder haben Sie das sich nachher erst für Ihre Diplomarbeit dann alles mühsam anlesen müssen? Nein, das war noch, also diese Idee sozusagen aus Motel One ein Budget-Design-Hotel zu machen, die kam erst nach meiner Diplomarbeit. Aufgrund der Diplomarbeit? Nein, das wäre jetzt, glaube ich, zu viel Lorbeeren. Nein, das kam nicht aufgrund der Diplomarbeit. Also meine Diplomarbeit war wirklich fokussiert auf das Ursprungskonzept von Motel One. Günstige Hotels an, ich sage jetzt mal, an so Knotenpunkten zu etablieren, wie jetzt so, ich sage mal, große Schnellstraßen, Businessparks an Autobahnen. Und die gab es damals noch nicht? Also weil es gab doch bestimmt schon irgendwie da Wettbewerber, irgendwie Ibis oder andere. Genau, es gab damals eine Marke etab. Ähnlich gar nicht. Ja, die heißen jetzt Ibis Budget. Also die haben so ein Rebranding erfahren unter irgendeinem Akko-CEO. Und das war aber damals der einzige Anbieter, der sowas in standardisierter Form gemacht hat, so als Hotelkette sozusagen. Und da war natürlich noch Potenzial, da einzusteigen mit einer neuen Brand. Okay, und die Idee war eben, genau, wir machen es hochstandardisiert. Aber bevor wir jetzt praktisch da nochmal drauf kommen, Sie haben ja gesagt, Sie waren so nach dem Studium etwas planlos. Wann hat es bei den Klick gemacht? Also ich sage mal, das war, ja, also wie gesagt, dieses No-Hotel-Erlebnis in London war, da war so das Interesse geweckt an der Hotellerie. Und dann bin ich ja auch nach meinem Studium in das familieeigene Resort-Hotel gegangen. Am Chiemsee war das? Am Chiemsee, genau. Das war das Erste, das er mal gehabt hatte, nicht? Genau, genau. Das heißt jetzt, das Aachental mittlerweile hat sich das ja wahnsinnig entwickelt, auch mit Sternerestaurant, mit dem Edip Siegel und eigenen Golfplatz gebaut. Und das haben wir jetzt über die Jahre, haben wir das jetzt weiterentwickelt. Aber damals war das so ein, also es war ein Resort-Hotel gewesen, das stark so auf Tagung fokussiert war. Ja, also die haben dann ganz viele Betriebsrat-Tagungen gehabt und von Siemens und anderen. Da haben sie alles gemacht, ne? Also waren an der Bar und auch geputzt. Genau, da habe ich so einen Vollwaschgang im Prinzip, sage ich immer durch. Was erlebt man eigentlich, wenn man dann so putzt? Also erlebt man wirklich so alle Geschichten, die so auf dem Netz kursieren? Also wie manche Gäste die Zimmer hinterlassen? Genau, also ich kann das ja sagen ohne Namen. Also das ist schon interessant, was man da alles entdeckt. Und vor allem natürlich... Zum Beispiel? Gut, ich wollte... Also jetzt vielleicht etwas, was jugendfrei ist. Ja, man entdeckt auch manchmal nette Mitbringsel, sagen wir es mal so. Aber was einfach ja auch der Hintergrund war, dass man einfach mal alles gemacht hat und auch einfach die Arbeit auch wertgeschätzt hat. Und ein Zimmer zu reinigen ist schon ein hartes Stück Arbeit. Und vor allem, wenn du das natürlich im Akkord machst. Ein Zimmermädchen macht ja so rund 10 bis 15 Zimmer am Tag. Das ist schon... Da muss man echt den Hut wirklich von ziehen. Das ist wirklich harte Arbeit. Ja, das nennt man natürlich immer nur so unbewusst wahr. Jetzt nochmal zum Konzept Motor One. Also es ist ja wirklich die Geschichte einer sagenhaften Expansion. 2000 gegründet, dann 2005 nochmal das Konzept geändert. Also rein in die zentrale Lage, das war so eine Sache. Man ist dann aber neben der zentralen Lage, die Größe der Zimmer hatte ich genannt. Aber wie würden Sie in einer Case Study von Ihrer, auf seiner Management Schule, auf der Sie waren, wie würden Sie denn selbst in einer Case Study ganz kurz das Erfolgsmodell nochmal skizzieren, auch so im Hinblick auf Ihre Diplomarbeit? Weil Sie sind ja dreimal so schnell gewachsen wie der Markt. Sie haben heute 90 Hotels mit über 25.000 Zimmern in zwölf Ländern. Das macht man jetzt ja nicht so mit dem Fingerschnipsen. Genau. Also ich sag mal, so ein Executive Summary in eins versetzen zu sagen ist schwierig. Ja. Aber in erster Linie steht natürlich dieses effiziente Raumkonzept. Dann in zweiter... Immer 17 Quadratmeter oder so, nicht? Ja, so 15,9 genau zu sein. Also mit Badezimmern dazu. Also dieses effiziente Raumkonzept kombiniert mit einer Ausstattung, die mit einem Fünf-Sterne-Hotel wirklich vergleichbar ist. Also von den Materialien her, von den Möbeln her. Das heißt, diese Matratzen und... Die Matratzen, genau. Also Boxspringbetten, wirklich teure, hochwertige Matratzen, Designermöbel von wirklichen namhaften Brands aus Italien wie B&B Italia oder Baxter. Ja, teilweise sind sechsstellige Betragkosten, nicht? Lohnt sich das? Genau. Ich sag immer meinen, oder unseren Innenarchitekten, die sollen mal das Preisschild ranlassen, dass der Gast das auch merkt. Ja, aber wissen das die ganzen Interrail-Gruppen und Geschäftsreisen überhaupt zu schätzen? Also lohnt sich das? Also ich sag mal, ich glaube unterbewusst ja. Ja, weil ob du jetzt sozusagen auf einem Plagiat irgendwie aus China sitzt oder wirklich aus einem handgefertigten Stück mit echten Leder aus Italien, das merkt man schon unterbewusst. Ja, durch die Haptik, ja, durch die Optik. Und die nutzen natürlich auch nicht so schnell ab. Nee, und man merkt es, glaube ich, also ich war jetzt gerade in Stuttgart und das war recht neu. Ich finde, man merkt vor allem, wenn man so in diese große Halle reinkommt und rechts die Rezeption und dann hinten gleich diese große Bar und dann diese, also man möchte sofort sich niederlassen und den ersten Drink bestellen. Also das merkt man, glaube ich, schon. Also die waren in unserem Stuttgart-Hauptmannhof, oder? Ist das recht neu, glaube ich, nicht? Genau, das ist das Neueste, ja. Okay, also Raumkonzept, haben Sie gesagt, also gewisse Größe, Design hochwertig. Genau, also ich würde mal sagen, effizientes Raumkonzept und effiziente Operation-Abläufe. Also dazu gehört zum Beispiel auch, dass Check-In ist gleich Check-Out ist. Das wissen Sie ja als Mortal-One-Gast. Das ist eine der besten Erfindungen, dass man schon abends bezahlt. Warum machen das nicht alle? Also dieses Auschecken am Morgen, das nervt doch. Das stresst mich, wenn man um sechs Uhr los muss morgens und dann hat man dann diese Schlange am Empfang, wenn man noch auschecken muss. Hängt wahrscheinlich mit der Rechnung für die Minibar zusammen oder so, ne? Ja, also ich glaube, genau, also das hängt wahrscheinlich mit der Rechnung oder generell einfach mit der Möglichkeit, sich was aufs Zimmer schreiben zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist so eine Sache, die einige Gäste dann irgendwie wollen oder vermissen, aber das ist bei uns eigentlich kein großes Thema. Also man bezahlt das Zimmer und den Rest bezahlt man sofort an der Bar und sonst kann man ja auch nichts verstellen. Sofort, genau, bei einem unserer Mitarbeiter, der dann auch aktiv zum Tisch kommt und die Rechnung dann auch klar macht. Also das ist kein Thema. Und diese gute Bar statt Minibar, wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen? Also das hat sich, also ich sag mal, die Idee war, dass man sozusagen, man hat ja effiziente Zimmer, also limitierte Fläche, stattet die aber besonders hochwertig aus und die Marke wird wirklich geprägt sozusagen in der Lounge und die Lounge ist Wohnzimmer, Tagsüber Kaffee, abends teilweise Workstation für Geschäftsreisende und eben dieses tolle Bar-Erlebnis an einem. Und da wird einfach die Marke geprägt und wir finden einfach, dass sozusagen ein Bar-Erlebnis ist, ja einer, ich sag mal so, mittelwichtigste DNA eines Hotels. Eine gute Bar. Mit gutem Service, mit hochwertigen Drinks und die Bar muss natürlich für was stehen und das sind bei uns eben diese, oder diese außergewöhnliche Gin-Auswahl. Ja, deswegen versagt man auch immer, was dann meistens der Geschäftsreise nicht so gut tut, zumindest dem Aufstehen am nächsten Morgen, es liegt dann immer so ein bisschen schwer in den Knochen. Aber wir machen auch guten Kaffee morgens, also wir bringen sie auch wieder auf die andere Spur. Nur am Check-in, warum haben Sie da eigentlich da keine Idee? Also Beispiel nochmal Stuttgart, da kamen wir rein, wir hatten halt Pech, dass irgendwie, es kam halt so gerade eine große Reisegruppe an, da waren wirklich dann mal so zwei Leute standen da. Tut mir leid, dass ich jetzt so Einzelkritik mache. Aber diese Warten am Check-in, warum hat man das noch nicht digitalisiert? Also warum muss ich immer noch da 10 Minuten anstehen, dann tippen diese Angestellten immer am Rechner rum. Ich weiß nicht, was die da tippen. Das weiß ich aber bei Mietwagenfirmen übrigens auch nicht. Also ich frage mich, warum tippen die da immer noch? Die wissen noch, wer ich bin. Warum kriegt man es nicht hin, dass das Hotel weiß mit meinem Smartphone, hier, keine Ahnung, das ist Horst von Butler, QR-Code und dann ab aufs Zimmer. Genau, also das ist eigentlich auch der Wunschprozess, aber sie glauben gar nicht, wie kompliziert Systeme sind oder eine Systemlandschaft, die man sich dafür aufbauen muss. Sogar eine Motel One hat sich offenbar eine aufgebaut. Ja, sogar, obwohl wir jetzt auf wirklich gutem Weg sind, also genau diesen Prozess oder dieses Check-in-Erlebnis, was sie jetzt beschreiben, das sind wir jetzt gerade dabei auszurollen. Wir nennen das Online-Check-in. Also sie bekommen dann im Prinzip zwei Tage vor Anreise, bekommen sie eine E-Mail zugeschickt. Da können sie dann schon mal ihre ganzen Daten hinterlegen. Man muss ja auch noch gesetzlich die Meldung haben. Genau, das muss man halt immer noch ausfüllen. Genau, und das können sie bei uns jetzt aber in Zukunft online machen und auch schon vorher bezahlen. Und dann benötigen sie eigentlich nur noch die Karte. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, einen sogenannten Mobile Key zu entwickeln. Dann können sie mit ihrem Smartphone die Tür aufmachen. Also, und wann kommt das? Da sind wir gerade dabei auszurollen. Also ab Januar werden die ersten Hotels dann damit ausgestattet. Und das geht dann sozusagen sukzessive irgendwie durch alle 90 Hotels? Genau, das geht sukzessive. Aber wir werden diese Leistung sozusagen nur unseren treuesten Kunden zur Verfügung stellen. Unseren B1-Membern, die auch bei uns sozusagen in unserem Membership-Programm sozusagen sich registrieren und darüber auch buchen. Ja, da muss ich ja wieder irgendwo einen Account öffnen und meine Daten eben geben. Ja, aber das geht ganz, ganz schnell und die Daten sind auch ganz, ganz sicher. Alles klar, ist klar. Nochmal zu den Designern. Und sie kriegen sogar noch den Vorteil, eine Flasche Wasser bei jedem Aufenthalt. Ah, okay. Ja, wobei, das hat man ja auch in vielen Hotels eigentlich, dass da so eine Flasche Wasser steht. Da zeichnen sie sich ja eher aus, dass es keine gibt. Aber wie geben sie umsonst? Ja, aber es stimmt ja schon, dass man tatsächlich, es ist zu so einer Zeit, also WLAN zum Beispiel ist ja den Leuten wichtiger als zum Beispiel jetzt andere Dienstleistungen und das hat ja, deswegen sagt man ja auch, dass dieses Konzept neu war, dass Motel One eigentlich auch die erste Marke im digitalen Zeitalter war. Also die Sterne sind nicht mehr so wichtig, sondern die Bewertungen bei TripAdvisor oder im Netz, das hat, glaube ich, ihr Vater auch so ein bisschen erkannt. Kostenloses WLAN ist wichtiger als der Room Service. Nun wird das ja von vielen Ketten bloß ebenfalls angeboten. Also es ist ja so, man war da vielleicht so ein Pacemaker und Trendsetter, wie unterscheidet man sich eigentlich, wenn jetzt alle WLAN und Check-In und auch andere rüsten ihre Lobbys nach, wenn man da so mal ein bisschen unterwegs ist. Wie schaffen Sie es, dass Sie sich da weiterhin unterscheiden? Also ich meine, also zu einem Hotelkonzept, also das stimmt, das kommen natürlich viele neue Konzepte auch auf den Markt, die vielleicht auch, die wir irgendwo motiviert haben, auch, ich sage jetzt mal, in die Budget-Hotellerie oder in die Selected-Service-Hotellerie einzusteigen, wie auch immer man das nennen will. Aber es gehört natürlich mehr dazu, als die Lobby jetzt irgendwie schön zu machen, da Designermöbel reinzustecken. Also das fängt natürlich an, dass man sozusagen seine Marke auch wirklich konsequent weiterentwickelt. Und wir sind, glaube ich, in der Hotellerie, also ich weiß das jetzt nur in Europa, aber sind wir die Hotelkette, die die besten Location-Ratings hat. Also auf Booking.com kann man ja im Prinzip zwischen 1 und 10 Punkten ja eine Bewertung abgeben, wie man jetzt die Lage, die Location beurteilt. Und da haben wir eine 9,2 über das ganze Portfolio. Und auch nichts gekauft da. Und nein, 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 die Booking-Bewertung kann man nicht und kann man nicht kaufen. Und das ist auch gut so. Und das heißt, der Gast hat bei uns einfach das klare Versprechen, er schläft zentral. Dann haben sie Design angesprochen. Da ist es ganz wichtig, dass wir auch kein Copy-Paste machen. Also wir haben ja so eine Individuelle, jedes Mortal-One hat eine verlässliche Qualität. Es ist ja wie, sagen auch viele Gäste in den Gastkommentaren, es ist so wie nach Hause kommen oder mein zweites Zuhause, gerade wenn man ja viel unterwegs ist. Aber es ist jedes Mortal-One-Hotel doch individuell, weil es sich dann mit dem, Design und der ganzen Innenarchitektur dann doch an die Stadt oder den Mikrostandort dann anlädt, wo es dann ist. Also unser Hotel in Düsseldorf sieht anders aus wie unser Hotel in Edinburgh, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem sind die Eckpfeiler sozusagen des Konzepts dann überall auffindbar. Das hat Ihre Mutter ja über Jahre gemacht. Genau. Hat die das richtig persönlich ausgesucht, auch die Möbel? Ja, die ist wirklich der Geschmack oder der gute Geschmack bei Mortal-One und hat natürlich auch ein tolles Team mit vielen Innenarchitekten. Wir machen ja alles in-house, wir arbeiten ja nicht mit externen Agenturen zusammen. Und es ist bei uns ein ganz, ganz kreativer Prozess, den sie natürlich auch maßgeblich beeinflusst hat. Dieses Design wurde erzählt oder bei den Designern, als sie dann in Italien waren, die konnten das am Anfang gar nicht glauben oder haben auch gesagt, nein, wir verkaufen nicht unsere teuren Möbel an so eine Billig-Hotel-Kette. Stimmt das? Genau, das war auf jeden Fall am Anfang eine große Diskussion, weil die sind natürlich auch bestrebt, dass sie irgendwie ihre Marke oder jetzt Kooperation schließen mit Unternehmen, die auch irgendwie in diesem Luxus- Fünf-Sterne-Segment oder so dann irgendwie zu Hause sind. Aber wir konnten sie dann durch ja viele persönliche Gespräche und vor allem auch vor Ort besichtigen und dann überzeugen, dass Luxus jetzt nicht unbedingt Fünf-Sterne bedeutet, sondern auch Luxus auch einem Mortal-One bieten kann und da auch ihre Marke wirklich wunderbar aufgehoben ist. Ja, und tatsächlich ist es so, wenn man mal ein schönes Möbelstück sieht, ich habe sogar einmal einen Sessel, den fand ich so super, den habe ich dann umgedreht, um zu gucken, ob da irgendwo noch ein Etikett ist und um zu schauen, ob man ihn irgendwo bestellen kann. Angeblich werden die Motel Ones alle sieben Jahre renoviert. Warum ist das so wichtig? Einfach nur, damit sie nicht schäbig aussehen oder damit auch immer eine neue Design-Idee da reinkommt? Genau, also das ist total wichtig, dass man einfach die, also schäbig darf keins aussehen, also auch nicht während der sieben Jahre. Also ich sage mal, wenn es irgendwann schäbig aussieht, dann bist du eigentlich zu spät oder hast du deine operative, wie sagt man, deine operative Sorgfaltspflicht eigentlich nicht eingehalten, weil unsere Manager sind wirklich darauf getrimmt, jeden Tisch, jeden Stuhl, jeden Teppich sozusagen zu erneuern, auszutauschen, wenn der einfach auf gut Deutsch runtergerockt ist. Aber nichtsdestotrotz nach sieben Jahren, nach sieben oder zehn Jahren auch mittlerweile, weil unsere Ausstattung einfach auch so hochwertig ist, verträgt jedes Hotel dann doch nochmal eine Neuerung und da drehen wir dann auch wirklich nochmal alles um und gucken, ist die Bar an der richtigen Stelle, sollen wir die Rezeption vielleicht versetzen, sollen wir den Fußboden nochmal neu machen, Lichtkonzept, also das ist dann wirklich, oder das Design-Thema an sich nochmal verändern, also das ist dann wirklich so ein bisschen Neu-Denken auch und ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man immer sozusagen frisch und up-to-date ist mit seiner Marke. Ihre Zahlen sind ja sehr gut, habe ich gerade vorgelesen. Auf der anderen Seite haben Sie auch 16 Hotels mehr als 2019. Wenn Sie jetzt mal so, Corona hat ja alles verzerrt, wenn Sie jetzt mal so vor Corona und nach Corona, Sie haben mehr Häuser, natürlich auch mehr Umsatz, aber noch nicht ganz, sind Sie schon wieder auf dem Niveau oder wie weit sind Sie überhaupt auf diesem alten Wachstumspfad, den Sie ursprünglich mal angestrebt haben? Also wir sind, sag ich mal, mit unseren betriebswirtschaftlichen Ergebnissen über 2019, was natürlich einmal durch unser Wachstum auch zusammenhängt, diese 16 neuen Hotels, die Sie erwähnt haben. Das pusht natürlich unser Betriebsergebnis oder den EBIT da und auch muss man sagen, also so schwierig, wie die Corona-Zeit war für uns alle und vor allem auch für unsere Mitarbeiter und unsere Familie auch und für unser Management-Team, sind wir doch überrascht, wie stark im Prinzip wir aus Corona eigentlich rausgekommen sind, auch letztes Jahr. Also, dass sich das so schnell erholt hat und auch das Business-Geschäft war ja auch bei, also war ja auch viel so, ja, so in Diskussionen, kommt es überhaupt nochmal zurück? Genau, gerade jede zweite Geschäftsreise oder jeder zweite Gast bei Ihnen ist Geschäftsreisende. Das war ja so die große Frage. Genau, genau. Also nicht jeder zweite, aber so an die 60, 60 Prozent haben wir dann doch Geschäftsreisende und das war natürlich die große Frage, ob die Leute nochmal jemals so viel geschäftlich reisen wie vor Corona und ob die Messen noch geboot sind, ob wieder große Veranstaltungen stattfinden. Und da muss man wirklich sagen, dass die, dass natürlich die, wenn man jetzt rein statistisch betrachtet, sind die Geschäftsreisen noch nicht auf dem Niveau von 2,19, aber zwei Drittel aller Geschäftsreisen waren Tagesreisen. Also ganz klassisch, ich nehme den ersten Flieger um 6.30 Uhr von Hamburg nach München und abends wieder um 21 Uhr zurück und die haben natürlich ohne Hotelübernachtung stattgefunden und die sind schon deutlich zurückgegangen, was ich jetzt so statistisch oder über unsere Verbände so mitbekommen und es hat sich aber, es hat sich aber so eine neue Nachfrage entwickelt. Also das kann man ja auch, ich sag mal so bezeichnen wie Pleasure oder einfach das sozusagen dieses Freizeit und Businessverhalten sich vermischt, dass, wir merken es ja bei uns in der Firma auch, also ein Mitarbeiter will eine Woche aus Lissabon herausarbeiten und will Remote Working und wohnt dann im Hotel oder ein Mitarbeiter ist irgendwie übers Wochenende in Barcelona und hängt dann nochmal am Montag und Dienstag dran und sagt, er arbeitet dann von da aus und macht dann da seine Videokonferenzen und das führt natürlich schon zu einer Nachfrage, die es vor Corona eigentlich nicht gab. Und das ist schon interessant, dass sozusagen die Kombination daraus, sozusagen, also du hast natürlich viele Tagesreisen und die gibt es nicht mehr so und die Leute bündeln einfach auch, also was ich jetzt auch so aus dem Bekanntenkreis oder von Firmenkunden höre, ist, dass man in der Frequenz nicht mehr so oft reist, aber dafür sozusagen seine Reisen bündelt und dann wirklich zwei, drei Tage mal irgendwo hinfährt, Termine macht mit Geschäftsessen, da braucht man dann auch eine Hotelübernachtung und deswegen sehe ich die Zukunft der Geschäftsreisen eigentlich nicht gefährdet für unser Unternehmen oder für die Hotellerie insgesamt. Das heißt, um nochmal an Zahlen, Sie hatten ja vergangenes Jahr eine Auslastung von 64 Prozent 2022, da war noch das erste Quartal, das war glaube ich noch so ein bisschen Corona und Umsatz pro verfügbaren Zimmer von 73 Euro. Ist das die, auf welche Zahl wollen Sie hin, also bei der Auslastung? Also wir streben wieder, ich sage mal, eine Auslastung an, die ja deutlich über 70 Prozent liegt im Schnitt. Und ab 50 verdienen Sie Geld, hat Ihr Vater mir mal verraten. Ja, so, also teilweise sogar vor, also wir haben ja auch relativ viele alte Mietverträge und dann verdienen wir sogar vor 50 Prozent Auslastung noch. Also sind wir profitabel, ja, aber so ab 50 Prozent, genau. Damit sind wir so ein bisschen beim Thema. Ihr Vater hat ja in einer sehr kritischen Phase das Unternehmen übergeben und ich würde die vergangenen Jahre jetzt doch nochmal ein bisschen aufrollen. Ich hatte nämlich Ihren Vater im April 2020 interviewt, also es war so am Ende dieses ersten Lockdowns. Und er beschrieb so, es war eigentlich ganz schön, er saß mit ihrer Mutter das erste Mal, obwohl die im gleichen Unternehmen arbeiten, haben die sich nie gesehen, weil die auch ständig auf Reisen waren. Also sie saßen wochenlang sich gegenüber. Er sagt übrigens, es sei eine Herausforderung für ihn, mit seiner Frau den ganzen Tag in einem Raum zu sein, war sehr lustig. Aber es war ein sehr ernstes Gespräch. Er hat beschrieben die ganzen Hygienekonzepte, die erarbeitet wurden. Und gleichzeitig hatte man einen Liquiditätsabfluss von 20 Millionen Euro im Monat. Damals waren die Staatshilfen auch noch unklar. Es gab ja später Staatshilfen. Ich glaube, so knapp 100 Millionen hat Motel One bekommen insgesamt. Aber er sagte auch einen Satz, ich fürchte um mein Lebenswerk. Wie haben Sie diese Angst Ihres Vaters erlebt? Ich würde vielleicht nochmal zu der Aussage gehen, dass mein Vater in der kritischen Phase das Unternehmen übergeben hat. Das stimmt so nicht, muss man sagen. Also die Geschichte war nämlich genau andersrum. Er wollte eigentlich schon Ende 2019 sozusagen den Staffelstab an Stefan Lenz. Ich bin ja Co-CEO und Stefan Lenz ist ja der andere Co-CEO, mit dem ich ja auch schon lange zusammenarbeite. Und er wollte eigentlich an uns beide den Staffelstab so Ende 2019 übergeben. Und dann kam er bekanntlicherweise, sind wir voll in Corona reingerutscht im März. Und hat ja dann entschieden, dass er uns in dieser kritischen Phase natürlich nicht alleine lassen möchte. Und hat dann eigentlich erst sozusagen das operative Geschäft wirklich an uns übergeben, als eigentlich klar war, dass wir Corona gut überstehen, also gut überstehen, überstehen. Und dass wir da wieder sozusagen zum normalen Geschäftsbetrieb wieder zurückgekehrt sind. Und dann hat er eigentlich erst übergeben und das war 22. Aber das heißt, Sie waren voll drin und dran während Corona-Show. Ja, klar. Also wir waren natürlich, ich operativ so und so, stark gefordert. Und wir alle, ja. Und das war natürlich eine, weil Sie gerade gefragt haben, wie haben Sie die Zeit empfunden? Das war so eine, ja, man ist so verschiedene Gefühlswelten eigentlich durchlaufen. Am Anfang war natürlich total unglaublich, also Schock, was ist da passiert? Aber dann natürlich musste man schnell reagieren und hat dann natürlich seine Maßnahmen eingeleitet, wie Kurzarbeit und Hygienekonzepte und Gespräche mit Mietern und was weiß ich, was wir da alles noch für Aufgaben hatten am Anfang. Und dann hat man sich natürlich angeguckt sozusagen, wie läuft da die ganze Entwicklung? Und bevor es natürlich noch keinen Impfstoff gab, war das natürlich alles sehr fragwürdig, wie das weitergeht. Das war völlig unklar, also wie lange das dauert. Und das war dann natürlich schon emotional auch teilweise schwierig. Da musste man einfach stabil bleiben und das war eine Herausforderung, ja, definitiv. Und diese Angst Ihres Vaters, der sagt, ich fürchte um mein Lebenswerk, hat er Sie das spüren lassen? Also war das auch Thema? Also er hat uns natürlich immer vermittelt, weil ich meine, wir haben uns ja auch nur alle immer per Videokonferenz gesehen. Das war ja auch das Verrückte, dass man eigentlich so die größte Krise in der Firmengeschichte oder in der Hotellerie seit den letzten 30 Jahren, würde ich mal sagen, dass man die eigentlich komplett per Videokonferenz... Achso, also er war in München und Sie saßen hier in... Ja, oder das ganze Management-Team, wir waren ja alle zu Hause. Wir durften ja auch nicht mehr in die Büros und Abstandsregelungen, kein Impfstoff da. Mein Vater wollte natürlich mit fast 70 Jahren jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Und wir haben dann im Prinzip sozusagen, also das war einerseits natürlich doof per Videokonferenz, aber da hat man natürlich auch viele Emotionen gar nicht so mitbekommen. Und er hat das uns natürlich auch nicht... Er war eigentlich immer relativ stabil und aufgeräumt auch in seinen, sozusagen in den Videokonferenzen und in den Maßnahmen und hat uns das gar nicht so spüren lassen. Aber hat er die Entscheidung getroffen, also wir machen das, also kurz, er muss ja viele Entscheidungen getroffen, Kurzarbeit, Liquidität bereitstellen und so weiter und so fort. Genau, also das hat er halt mit uns, also innerhalb des Management-Teams sozusagen und er hat halt also die Leitlinie auch vorgegeben und war dann natürlich stark dabei. Aber wir haben das natürlich auch viel im Management-Team auch beschlossen. Aber hat ihn doch nochmal ganz schön gefordert wahrscheinlich die Zeit, nicht? Ja, ja, absolut, absolut. Dann kam ja, dann ging alles wieder los, dann kam mit dem Krieg ein neuer Schock. Das hatte jetzt nichts mit dem Reisen zu tun, aber doch mit dem Thema Energiepreise zum Beispiel. Also ein Hotel ist ja auch energieintensiv. Ja. Wie war das für Sie? Also Sie haben ja die Preise, glaube ich, dann erhöht um 10 Euro pro Zimmer. Aber wie hat man das dann nochmal erlebt? Weil da ging es ja auch um das Thema Energieversorgung, Inflation, Mitarbeiter. Ich glaube, Sie haben eine Inflationsprämie auch beschlossen für die Mitarbeiter. Also da war natürlich, also ich sage mal, das Gute ist, dass wir, also klar, wir mussten natürlich auch reagieren und unsere Preise entwickeln. Da haben wir auch gemerkt oder nochmal bestätigt bekommen, dass Mortal One wirklich Pricing Power hat. Also die Marke ist wirklich im, hat sozusagen die Inflation, also man konnte die Preise ganz, ganz gut sozusagen oder die Inflation ganz gut schlucken durch die Preise, weil die Marke einfach ein wahnsinnig attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Liegt jetzt im Schnitt bei, wie viel Euro, so ein normales Zimmer? Zwischen 79 und 89 Euro. 89, wenn ich gerade Messe ist. Genau, wenn ich gerade Messe ist. Das ärgert mich immer, aber würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich ein Hotel hätte, dass man verdoppelt oder verdreifacht. Dann müssen Sie, Sie können ja den Markt nicht runterziehen. Genau, so kann man es auch sehen, dass man den Markt nicht möchte stören mit seinen günstigen Preisen. Aber das heißt, es war schon, das waren zwei Jahre intensiv nochmal für Sie. Haben Sie Ihren Vater da auch nochmal anders erlebt oder nochmal was auch gelernt von Ihrem Vater in dieser Phase? Ja, also vor allem diese aufgeräumt hat und diese sozusagen diese Fähigkeit, also trotz allem, was ihn natürlich auch bedrückt hat, und Sie haben es ja ganz gut gesagt, so mein Lebenswerk ist in Gefahr, hat er, also hat es doch geschafft, resilient zu sein und klaren Kopf zu bewahren und auch die richtigen, also mit uns zusammen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das sind natürlich auch Erfahrungen. Also mein Vater ist schon seit 40 Jahren in der Branche und wir waren natürlich froh, dass wir ihn gerade zu der Zeit ja auch gehabt haben. Ja klar, ich meine... Der hat den 11. September mitgemacht und natürlich auch schon andere Krisen. Genau, andere Hotelkrisen, also 11. September. Es gab ja auch immer wieder, gut, Ölkrise nicht, jetzt nicht. Das war in den 70ern, glaube ich. Aber es gab ja immer wieder Schocks, Terroranschläge, die zum Beispiel das Reiseverhalten. Ja, oder Black Monday in Wall Street, glaube ich, 87 oder so. Also da waren ja auch einige Schocks. Ja, war das nicht Black Tuesday? Oh, oder Black Tuesday. Wir kündigen jetzt die Abonnete. Black Monday ist ein Lied, glaube ich. Black Monday, das ist das, Black Friday ist dieser Einkaufstag. Dann gibt es den Cyber, das ist Tuesday, glaube ich. Nee, vertiefen wir das jetzt nicht. Oh Gott, da stehe ich jetzt gerade selbst auf dem Schlauch. Motel One hat ja schnell ablenken. Motel One hatte die Krise überstanden, weil das Unternehmen auch ein üppiges Cashpolster hatte. Es gab zwar diese Staatshilfen, 2021, diese 97 Millionen, aber wie kommt es, dass man innerhalb von 15 Jahren bei dem Umsatz so 500 Millionen Eigenkapital zurücklegen kann? Ist das so lukrativ oder war das eine gewisse Sparsamkeit oder für schwere Zeiten? Das ist ja schon außergewöhnlich. Gut, wir haben natürlich, muss man sagen, wir haben natürlich einen sehr, sehr starken Cashflow aus den Hotels. Also, ich sag mal so, bei uns, also in der Hotel, also oder mit dem Motel One, also mit unserem Konzept, bist du eigentlich nach ein paar Monaten profitabel. Und das ist Wahnsinn, dann hast du natürlich nicht, wie vielleicht in anderen Hotelwelten oder in anderen Hotelkonzepten, hast du vielleicht eine Anlaufphase von zwei, drei, vier Jahren, wo du wirklich noch Geld eigentlich mitbringen musst. Und bei uns ist eigentlich fast jedes Hotel nach einem Jahr, also nach drei, vier Monaten profitabel und wirft eigentlich schon Cashflow ab. Was ist da die Kunst? Das heißt, ist es der Einkauf des Grundstückes oder ist es, wie man baut und plant? Ja, das ist so eine Kombination. Also natürlich ist die wichtigste Entscheidung die Location, die Lage, weil wir schließen ja auch langfristige Mietverträge ab, also für 20, 25 Jahre plus nochmal Option auf Verlängerung. Und wenn du dann natürlich eine Fehlentscheidung triffst, triffst du die für 20, 25 Jahre. Aber die Grundstücke und Gebäude gehören dann Investoren? Ja, meist, also 30 Prozent der Gebäude und Grundstücke gehören uns und das war meistens auch irgendwie ein Zufall, oder was heißt Zufall, weil wir uns einfach das Grundstück sichern wollten und da hatten wir eben Chance, das auch selber zu machen, um dann vielleicht auch schneller dann irgendwie einen Deal zu bekommen. Das haben wir dann gemacht, aber grundsätzlich schon unser Bestreben, sozusagen Mieter zu sein und da kapitalschonend zu agieren. Ihr Vater hat ja an Sie jetzt übergeben. Hat er wirklich losgelassen? Das können ja manche Patriarchen dann nicht so gut. Oder schreibt er ab und zu auch eine SMS irgendwie, ich war gerade in unserem Hotel in Lübeck, das ist ein Saustall, das muss besser werden? Nein, also natürlich nicht. Ich bin eigentlich erstaunt, wie sehr er loslassen konnte. Also das hat mich wirklich auch überrascht, weil ich weiß ja auch, dass mein Vater das einfach mit Leidenschaft auch gemacht hat. Natürlich als Aufsichtsrat ist er natürlich noch schon eng dabei, was sozusagen die großen Entwicklungen und die Zahlen und die großen Investitionsanscheidungen angeht. Aber aus dem operativen Geschäft hat er sich wirklich zurückgezogen und hat mich selber überrascht, muss ich sagen. Aber Sie fragen ihn noch im Rat? Ja klar, also ich sage mal so, wenn es irgendwo, also grundsätzlich, wir haben ja auch ein gutes Management-Team und wir haben unsere Geschäftsführungsmeetings und da tauschen wir uns auch auf. Und wenn ich dann irgendwo mal einen persönlichen Rat brauche, klar, dann hat man natürlich eine kurze Schnur, aber wir entscheiden schon echt viel mit unserem Geschäftsführern und Management-Team. Was haben Sie von dem Vater gelernt? Sich zu konzentrieren. Also wirklich sich in, das muss ich, ich meine, das kriegt man ja durch Studium ja auch schon mit, dass du da irgendwie sich auf Klausuren vorbereiten musst oder in verschiedene Sachverhalte reindenken musst. Aber wie sehr er sich an ein Thema durchdenken kann und sich Zeit nimmt auch für wichtige Entscheidungen, weil oft ist es ja so ein Berufsweg, im Berufsleben oder ich sage mal im Alltag. Dann kommt der Mitarbeiter an und will in zehn Minuten eine Entscheidung für dieses Thema haben. Dann kommt der Nächste und dann hat man immer viele Bälle in der Luft und am Jonglieren. Und er hat wirklich eine Gabe, sich komplett dann auch, wenn es darauf ankommt, rauszuziehen und sich nur einem Thema zu widmen, das zu durchdenken, zu kalkulieren, pro Kontralisten zu machen. Und das sozusagen und da auch wahnsinnig tief ist im Detailprozess und auch Entscheidungen vorbereiten. Also das ist echt Wahnsinn, weil da muss man wirklich im Alltag einfach aufpassen, dass man nicht zu oberflächlich agiert. Und bewundern Sie ihn für sein Lebenswerk? Ja, klar. Wahnsinn. Und wie groß sind die Fußstapfen? Ja, also die sind groß, aber ich bin da eigentlich ganz entspannt, weil wir beide sind auch unterschiedliche Typen und jeder macht das, glaube ich, also jeder macht das einfach auch anders. Und mein Vater hat wahnsinnig Stärken, ich habe meine Stärken auch, ich habe auch meine Stärken und bin da eigentlich relativ selbstbewusst, dass wir das auch mit Stefan und auch den anderen Jungs und Mädels gut machen. Und ihre Mutter, die hat sich ja auch zurückgezogen, die hat ja immer ein Marketing und Design, also schon eine wesentliche Handschrift. Hält die sich auch raus oder meldet die sich auch manchmal und sagt, Junge, ich habe mir gerade das Hotel des neuen Düsseldorf angeguckt, das ist nicht so mein Style. Ja, also ich finde, wenn das nicht mehr ist, also das ist ja auch wertvoll, also das wäre komisch, wenn sie sich dann gar nicht mehr dafür interessieren würde, aber aus dem operativen Geschäft hat sie sich auch zurückgezogen, genau. Okay. Aber wenn die irgendwo auf Reisen sind, Mortal One, natürlich geben sie dann mir ein Feedback, ist ja auch gut. Geschäftsreisen, haben Sie gerade gesagt, ich möchte zum Schluss nochmal so ein bisschen nach vorne schauen. Also Sie sind anders zurückgekommen, also haben Sie gerade so ein bisschen beschrieben, diese Verschmelzung zwischen Geschäftsreise und Privat. Also da habe ich gerade Angst, dass jetzt das in meiner Redaktion, wenn die den Podcast hören, auch ausbricht. Ich habe es ja immer ganz gerne noch getrennt. Nein, ist ja okay, mal einen Tag irgendwo dran zu hängen. Aber woher kommt künftig das Wachstum? Also der Nachholeffekt dieser Corona-Post-Boom ist ja so ein bisschen vorbei. Also die Airlines spüren das natürlich noch, so diese Sehnsucht zu verreisen. Aber wo kommt das Wachstum künftig her? Sind das neue Märkte, neue Standorte? Also ich sage mal so grundsätzlich, makroökonomisch ist es so, dass die natürlich durch das Höhere oder Entwicklung des Welteinkommens natürlich immer mehr gereist wird. Und das ist ja ein Trend, den man ja über die letzten 30 Jahre beobachten kann, dass sozusagen die Anzahl an Overnight Stays, an Übernachtungen einfach wächst. Sondern dann hast du ja noch China und Indien, die noch lange nicht so eine Reisewut haben, wie jetzt in Europa oder USA. Also da kommt noch viel, da ist noch viel Marktvolumen oder so Marktentwicklungspotenzial da. Dann beobachten wir natürlich schon einen Trend und das spielt uns natürlich auch an die Karten jetzt gerade, wenn man vielleicht an mögliche Rezessionen denkt oder Reisebudgets müssen enger werden. Dann sind natürlich so Economy-Konzepte, wie wir jetzt einfach auch stark stärker nachgefragt. Spesenordnung habe ich ja gesagt. Genau, die grausame, die unbedingte, die erbarmungslose. So haben sie sich ausgedacht, genau. Und ja, und das Wachstum für uns, also wir wollen, also wir haben im Prinzip so drei Wachstumsstufen. Die eine Stufe ist, weiter in der Dachregion zu wachsen. Da sind wir Marktführer, wir sind Love-Brand, eingeführte Love-Brand und da gibt es noch einige weiße Flecken. Also ich sage mal so B-Städte wie jetzt Heidelberg oder... Studiert. Ah, würden Sie da empfehlen, Mortal-One zu machen? Ich war, also ja schon. Ich meine, da kommen ja immer auch viele ältere Studenten zu Besuch und man kann natürlich sehr schön da im... Ritter heißt das, glaube ich, also im Hotel am Platz wohnen, aber warum nicht? Also man will natürlich, wenn man da hinkommt, in der Altstadt sein. Also ich weiß nicht, ob Sie in der Altstadt dann noch einen Standort kriegen. Ja, oder irgendwo in der Nähe von der Altstadt. Aber ich habe es dir so unterbrochen, also Sie wollen in andere Städte gehen. Genau, also in Deutschland gibt es noch, oder in der Dachregion gibt es noch viel Potenzial. Das ist so eine Stufe, die wir weiterentwickeln wollen. Dann die zweite Stufe ist Europa. Also wir haben ja so die ersten Footprints, wie wir so auf Neu-Deutsch sagt, gesetzt. In Barcelona, also in Spanien haben wir zwei Hotels, einen in Madrid und einen in Barcelona. In Frankreich haben wir ein Hotel in Paris. Wir haben in Brüssel ein Hotel, in Amsterdam zwei Hotels. Also das sind so die ersten Pfeiler oder Duftmarken gesetzt. Und in den Ländern oder auch in Italien wollen wir einfach auch stärker wachsen, die so einen Rollout hinlegen. Und eine Marke vor allem werden, da sind Sie ja Unbekannter vermutlich. Genau, und eine Marke auch werden und wir wollen natürlich in erster Linie vor allem auch dahin gehen, wo auch ein starker Reisestrom von Deutschen oder Touristen aus der Dachregion dann auch herrscht, die uns auch als Marke kennen. Da sind natürlich auch starke Wettbewerber in den anderen Märkten. Also die Briten zum Beispiel, so Premier Inn, die haben ja wiederum angekündigt, sie wollen gerne nach Deutschland kommen und hier 400 Standorte eröffnen. Wenn Sie sowas hören, wird Ihnen dann so Angst und Bange, wenn da jemand mit tiefen Taschen kommt und erstmal auf Pump hier alles ausrollt? Ja, also ich meine, ehrgeiziges Ziel, definitiv. Aber wir wissen ja selber, wie hochkomplex es ist, gute Standorte zu finden, zu entwickeln. Jetzt hast du das Thema natürlich der Zinslandschaft, das vor allem auch Neubauvorhaben schwieriger macht, ich sage nicht, unmöglich. Ja, natürlich auch für uns ist es ein schrumpfender Markt, aber es gibt natürlich wenige Hotelgesellschaften, die so sichere Mieter sind wie wir. Und wenn der Markt natürlich kleiner wird, dann muss man sich halt eben sein Stück sichern. Aber dann wird einfach auch das, ja wie sagt man so, das Angebot an möglichen Mietern wird natürlich auch geringer und dann kommen wir dann wieder ins Spiel mit unserer starken Bilanz. Das dritte haben wir jetzt vergessen, Sie haben gesagt weiße Flecken in Deutschland, europäische Standorte und das dritte? USA. USA. Und da sind Sie tatsächlich in New York mit The Cloud One. Das ist so ein bisschen luxuriöser noch. Und nun ist ja New York, würde ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich so mit der umkämpfteste Markt der Welt. Also da reinzugehen, wie kommt man da überhaupt rein in so einen Markt? Oder haben Sie da ein bestehendes Hotel übernommen und ein bisschen aufgebaut? Genau, also das war so eine Option, die wir vor zwei Jahren bekommen haben von einem deutschen Immobilieninvestor, mit dem wir schon viele Geschäfte in Europa gemacht haben und der uns auch als verlässlichen Mieter auch kann. Und der hat uns sozusagen dieses Hotel, das in seinem Portfolio ist, als Übernahme angeboten. Und das haben wir dann gemacht und sind jetzt seit Januar richtig im Betrieb unter der neuen Marke New York. Man hört, dass Ihr Vater da so ein bisschen skeptischer war beim Thema New York. Ja, also wir haben das natürlich rauf und runter diskutiert, ob wir das jetzt machen sollten. Weil das war natürlich auch eine Option, die sich jetzt während Corona auch entwickelt hat. Und da war natürlich so dieses Spannungsfeld, du bist noch im Krisenmodus eigentlich und hast aber da eine riesen Wachstumsmöglichkeit in den USA. Und das war natürlich aus vielerlei Hinsicht haben wir das stark diskutiert, weil wir sind ja ein großes Unternehmen, also haben ja über 3000 Mitarbeiter mittlerweile, aber sind natürlich stark auf Europa fokussiert und an Münchner Unternehmen auch. Und dann natürlich in New York was zu machen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer an Reisetätigkeit, an so viele Anforderungen, die man da neu denken muss oder mit denen konfrontiert ist. Aber das ist für Sie so ein Testballon irgendwie oder haben Sie schon San Francisco geplant? Ja, nee, wir haben in Chicago noch unterschrieben, ein weiteres unterschrieben, ja. Das heißt, ich sag mal, die USA ist natürlich die größte Volkswirtschaft der Welt, ein wahnsinnig attraktiver Hotelmarkt und es ist natürlich schon ein Ansporn, da auch Fuß zu fassen und weiter zu wachsen. Aber wie gesagt, immer mit der anderen Marke, also mit The Cloud One. Genau, immer mit der anderen Marke, ja. Und da positioniert man sich so ein bisschen zwischen den Buttigieg Hotels und Waldorf Astoria. Ja, das ist eine gute Umschreibung. Ja, also die Positionierung, also in der Marke sind wir einfach flexibel. Ja, die ist ein bisschen höher positioniert. Also man sagt jetzt in der Fachsprache ist im Upscale, im Upscale-Segment. Und wir sind mit der Marke natürlich auch flexibel, was die Übernahmen so angeht. Wir haben mal größere Zimmer, mal haben wir mal einen Fitnessbereich oder auch mal einen Pool auf dem Dach. Also da ist man einfach nicht so eingeschränkt wie mit Mortal One. Aber ich meine das gar nicht negativ, sondern Mortal One ist so eine absolut starke und klare Marke. Und wir wollen die einfach auch nicht verwässern. Und deswegen ist es einfach mit Cloud One, ja, es ist auch, es ist neue oder ermöglicht uns neue Wachstumsoptionen auch. Aber wie unterscheiden Sie sich dann wirklich? Also was ist der USP? Ja, also teilweise in den Zimmergrößen. Dann, wie ich gerade gesagt habe, dann gibt es mal ein Fitnessstudio oder mal einen Pool. Aber von den anderen Ketten in den USA. Achso, von den anderen Ketten ist sehr designend. Also die hat schon sozusagen die DNA von Mortal One. Also sehr designend, sehr lifestylig. Wir wollen sehr nachhaltig agieren. Also haben sozusagen die Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen umsetzen. Also vom Frühstückskonzept bis hin zu Anfahrtswegen von Lieferanten, Bettwäsche, Green Energy. Und wollen halt sehr sozusagen so auch als, ja, uns auch im Thema Nachhaltigkeit positionieren. Und es ist halt sehr, Cloud One wird so ein richtiger, ja, Event. Also wenn man ins Hotel geht, es wird ein Event werden. Es werden DJ-Sessions stattfinden. Wir wollen es sehr stark mit der Neighborhood vernetzen, mit Pop-Up-Galerien, mit lokalen Kooperationen. Und das wird ein sehr individuelles Erlebnis werden, das sehr stark in der Stadt verankert ist. Aber DNA von Mortal One, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein Top-Design, genau. Und Nachhaltigkeit ist ja ein interessantes Thema. Das kriegt man als Gast ja immer nur mit, dass man bitte seine Handtücher nicht immer jeden Tag auf den Boden schmeißt. Was sind da noch so die ein, zwei großen Hebel, die die Hotellerie eigentlich hat? Also ich glaube in der, also ich meine, wir waren ja mit Mortal One, waren glaube ich die Ersten, die auf ein komplett, ich sage mal 100% Bio-Frühstück gesetzt hat. Und das schon in 2015. Und wenn ich mich so in der Hotellandschaft umgucke, also da ist noch viel Potenzial. Dann natürlich Abfallvermeidung ist ein Riesenthema. Da kann man noch viel optimieren. Heizung vermutlich auch, ne? Ja, dann, ich sage mal so, die ganze, genau, die ganze, also die Zimmer werden ja immer intelligenter, dass die Heizung oder die Klimaanlage nur anspringt, wenn wirklich jemand im Zimmer ist, ist, dass man sozusagen die Zimmer, ja, energieeffizient vortemperatiert und der Gast eigentlich dann gar nichts mehr so richtig macht im Zimmer. Und neue Solaranlagen und so weiter, also da gibt es so viele, so ein breites Spektrum. Wasserverbrauch ist ein Riesenthema, da kann man viel optimieren durch gute Armaturen. Aber das können Sie halt auch nicht ändern, man muss halt jeden Tag die Bettwäsche waschen, wenn man nur ein Tag da ist. Ja, aber man kann auf neue, neue Geräte setzen. Und Wasserdurchläufer und neue Armaturen und da kann man wirklich extrem viel rausholen, also das ist Wahnsinn. Wo geht es jetzt als nächstes hin? Wir kommen jetzt zum Ende des Gesprächs leider schon, also welche Stadt schauen Sie sich als nächstes an? Ich bin jetzt am Donnerstag im schönen München. Und da sind Sie einfach in der Zentrale oder planen Sie auch was Neues? Genau, da bin ich in der Zentrale und da haben wir zwei Tage Budget-Meeting, um das nächste Jahr sozusagen zu planen. Und wenn ich mir da so eine Weltkarte vorstelle mit weißen Flecken, wo werden die Dartfeile darauf geschmissen? Wird sich auch Asien angeguckt oder lieber der Nahe Osten? Nein, also ich sag mal konkret gucken wir es Asien noch nicht an. Also ich sag mal, wenn es irgendwie reaktiv so eine Möglichkeit gibt, dann gucken wir uns die natürlich an. Aber so diese drei Wachstumsstufen, also man darf sich jetzt auch nicht verzetteln. Und wir wollen uns auch auf diese drei Stufen jetzt konzentrieren, die ich Ihnen gerade genannt habe. Und alles weitere, da guckt man sich natürlich an, aber es muss auch irgendwie in die Gesamtstrategie passen. Aber man darf sich auch nicht verzetteln. Ihr Vater gilt ja als der Gründer von Motel One, der in Deutschland und später Europa so das Budget-Hotel nochmal neu erfunden hat. Was wäre denn Ihr Ziel oder Wunsch? Was soll man in 20 Jahren über Sie sagen? Über mich persönlich? Puh, das ist eine interessante Frage. Also es kommt glaube ich darauf an, wer das über mich sagen kann. Ja, so eine Bilanz, also wenn man, ich weiß nicht, ich wollte jetzt nicht eine Festschrift verfassen, aber was man so erreichen will. Also das eine ist ja die Gründergeneration. Was ist dann Ihr Ziel? Wollen Sie die größte Hotelkotte Europas aufgebaut haben? Also ich sag mal, beruflich ist es ganz klar, aus Motel One eine internationale Hotelmarke aufzubauen. Da sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg, aber noch wirklich am Anfang. Also da gibt es noch viel Potenzial. Vor allem Motel One weiterhin als Love-Brand zu etablieren. Also wirklich, dass Motel One die Kraft hat, sozusagen wirklich Fans zu generieren, dass Motel One als Marke verlässlich ist. Also dass man, wenn man Motel One in Lissabon, in New York oder in Lissabon, in Wien oder in Düsseldorf bucht, dass man ein verlässliches Erlebnis hat und dass die Hygienefaktoren der Hotellerie bei allen tollen Projekten und Digitalisierung immer eingehalten werden. Das ist Freundlichkeit der Mitarbeiter und Sauberkeit der Zimmer. Herr Müller, vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier in Düsseldorf waren. Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war es für das Chefgespräch für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut! Machen Sie es gut! Vielen Dank.